Hallo zusammen, ich habe mir überlegt, wer mich kennt, der weiß ja, ich habe ein gewisses Fable für Hörspiele und vor allem für 3-Frage-Zeichen-Hörspiele. Deswegen dachte ich mir, besprechen wir heute einfach mal die 3-Frage-Zeichen-Folge 145, die Rache der Samurai. Nein, Entschuldigung, die 3-Frage-Zeichen und die Rache der Samurai. Was ich bei dieser Folge faszinierend finde, ist, neben den üblichen Sprechern der Hauptdarsteller, sticht hier halt völlig raus, dass Jasmin Wagner eine Rolle mitspielt. Ja, genau die Jasmin Wagner, Blümchen. Wenn man jetzt danach guckt, dann ist Jasmin Wagner verheiratet, ist oder war, weiß ich gerade gar nicht, verheiratet mit Lukas Cordalis. Genau, Lukas Cordalis, der Sohn von Costa Cordalis. Der kam mit 16 nach Frankfurt. In Frankfurt ist aber auch Trécoule, der Schlagzeuger von Green Day, geboren. Green Day ist aber eine kalifornische Rockband. Und in Kalifornien spielen die 3-Frage-Zeichen. Damit aber nicht genug. Die Rolle, die Jasmin Wagner spricht bei den 3-Frage-Zeichen bei dieser Folge, ist Mandy. Mandy ist ein Song von Barry Manilow. Der hat für Bad Middler Musik gemacht. Bad Middler ist verheiratet mit Martin von Haselberg. Die Haselbergs sind ein Adelsgeschlecht, ursprünglich aus Rostock, was genau wie Hamburg eine Hansestadt ist. Und in Hamburg steht das Studio Körting, wo die Europa-Hörspiele aufgenommen wurden. Ist das ein Zufall? Ich glaube nicht. Jetzt seid ihr dran.